hallo herzlich willkommen zum neuen fortnite shop video es ist auch schon wieder ein neuer shop im anmarsch und er ist auch in zwei sekunden da 1 und jetzt lass uns schauen was heute reinkommt und wir haben unseren cartoon muskelkater zurück plus backblink dann haben wir die axt schwergewichte dann gibt es ein stück musik dazu muss ich gerade die musik anmachen das kann ich gar nicht sein klein moment dann gibt es an taya zurück das sind diese cartoon figuren hier einmal backblink ist zurück nach 65 tagen genauso wie morro der männliche teil davon mit der axt und hier mit backblink dann gibt es einmal das jagdlicht zurück auch in diesen beiden stilen sprechen der dämmerung der gleiter dann haben wir illustriert die lackierung dazu dann haben wir noch die jia zurück hier mit dem backblink und den äxten die verschiedene stile auch kann man auch mit maske moment so und so dann haben wir die spielzeug trooper zurück das gibt es in drei farben hier einmal in grün in grau und in rot genauso wie den plastik patrouille alles nach 33 43 tagen zurück dann gibt es die lackierung auch in diesen drei stilen dann gibt es die täglich vorgestellten einmal sumpfmann der ist nach 139 tagen wieder zurück den gibt es dann auch noch in anderen stilen immer genau drauf hier aber ist mein grün in blau in orange und in violett dann gibt es einfach einhändig zurück nach 71 tagen und kommando nach 33 tagen elektro swing nach 42 tagen luft gitarre nach 48 gitarre 48 tagen und staub vor den schultern nach 42 tagen dann haben wir hier immer noch die pakete und das war es dann auch schon wieder mit dem shop von heute mach hallo und bis zum nächsten mal ciao eure san und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020